Ich hab's im Griff. Zehn laufende Baustellen, nur noch die Stundenzettel von gestern prüfen, die Brüttler 5 und Radlader 7 von Baustelle A nach B und drei Tiefbauern und einen Baggerfahrer brauche ich heute noch auf Baustelle D. Mir fehlen schon wieder Stundenzettel. Wo steht Radlader 7 nochmal? Und auf welcher Baustelle habe ich überhaupt Leute frei? Jetzt muss ich auch noch die Nachträge für Baustelle C machen. Dabei fehlen mir wieder die Einsatzzeiten für die Geräte und hier kann auch was nicht passen. Von wegen, ich hab's im Griff. Pünktlich Feierabend machen wird wohl wieder nichts. Tschüss, Durchblick und Baustellensteuerung. Ich bin raus. Alles besser im Griff mit OptiTime. So einfach kann digitale Baustellenplanung und Steuerung sein. Alle Daten, die Sie für die Einsatz- und Kapazitätenplanung brauchen, liegen in Echtzeitdaten vor. Auf einen Blick sehen Sie, welche Leute und Geräte wie lange auf welcher Baustelle sind. Alle Daten wie Arbeitszeiten, Gerätenutzungsdauer und Standort werden täglich per Smartphone oder Tablet direkt auf der Baustelle eingegeben und per Schnittstelle ins Büro übertragen. Natürlich auch Bilder, um Nachträge zu dokumentieren. So stimmen Lohn-, Kostenkalkulation und Nachtragsrechnung mit Sicherheit. Mit OptiTime läuft Ihre Baustellenplanung und Steuerung so optimal, dass noch genug Zeit für die anderen wichtigen Dinge im Leben bleibt. Alles besser im Griff mit OptiTime. Endlich rockt's! Bis zum nächsten Mal.